Herzlich willkommen hier am Montagnachmittag im Basecamp Bonn. Mein Name ist Kai Heddergott. Ich darf Sie heute hier durch den Tag oder durch das Programm begleiten beim Gründercamp NRW Digital, das im Rahmen des Gründerstipendiums NRW durchgeführt wird. Und vor zwei Jahren hatten wir die wunderbare Möglichkeit, uns in Essen in der Zeche Zollverein alle persönlich zu treffen, wie es sich für ein Barcamp gehört. Wir wissen alle, woran das liegt, dass das dieses Jahr nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Deswegen machen wir das eben dieses Jahr digital. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem ein schönes Programm hier aufgeboten haben und auch mit vielen Leuten ins Gespräch kommen. Und das werden in dem Barcamp-Teil nach dem Stream des ersten Teils auch die Teilnehmenden sein, die sich selber einbringen. Die Basecamp Location hier ist ein wunderbarer Ort, um ins Gespräch zu kommen. Die Kollegen zeigen das gerade, was das für ein toller Ort ist. Und kleiner Funfact nebenbei, um mich hier richtig einzugrufen, habe ich hier heute Nacht geschlafen in einem der Wagen. Im Prinzip a night at the museum. Also ich habe volle Tuchfühlung aufgenommen. Deswegen fühle ich mich hier fast schon wie in meinem Wohnzimmer. Und dieses Wohnzimmer füllen wir heute mit Leben. Andere Menschen haben wir heute dabei, die sich auch wohlfühlen sollen. Das machen wir nachher nochmal im Detail. Das wird nämlich eine Podiumsdiskussion sein. Das haben wir eben schon in der Totalen gesehen. Ich bin hier nicht ganz alleine, aber die Herrschaften werde ich gleich nochmal im Detail vorstellen. Und wenn ich Herrschaften sage, haben wir auch noch eine Dame dabei. Und auch das sollte man jetzt nochmal als kleinen Aktualitätsdisklaimer hier einbauen. Unsere Kino-Speakerin Dr. Alice Martin hat überhaupt nichts gescheut. Todesmutig hat sie eben den Weg noch trotz eines kleinen Malheurs im Straßenverkehr, an dem sie nicht schuld war. Das ist ganz wichtig hier für die Rechtsverfolgung, den Weg hierhin gefunden und wird sich hier gleich mit ihrer Keynote einbringen. Also klappt jetzt doch alles mit ein bisschen Verzögerung. Und das finde ich ganz toll. Danke Alice, dass du das denn gemacht hast. Ja, also der Ablauf wird wie folgt sein. Wir werden also diese Podiumsdiskussion gleich machen und holen uns vorher einen Impuls von Dr. Alice Martin ab und gehen nachher ins Barcamp. Aber ein Barcamp ist nichts ohne seine Teilnehmer. Und deswegen müssen wir eine digitale Tuchfühlung mit Ihnen, mit Euch, ich nehme schon mal das Barcamp Euch und Du vorweg, aufnehmen. Und das möchten wir ganz gerne machen, wie es sich gehört, auf digitaler Art und Weise. Wie macht man das bei solchen digitalen Meetings? Na, wir kennen das ja schon von den letzten 15 Monaten. Folienfreigabe. Uch, jetzt werden einige stöhnt. Nein, keine Angst. Keine echte Folienfreigabe. Wir nutzen das interaktive Tool Slido, um Fragen zu stellen. Und das machen jetzt gerade die Kollegen, die spielen das ein. Und wir stellen Ihnen und Euch Fragen, um mal zu erfahren, wer sitzt da draußen jetzt vor dem Schirm? Mit wem haben wir es zu tun? Und wenn man auf Slido.com geht und dann Hashtag GründercampNRW eingibt oder aber auch am Bildschirm diesen QR-Code abscannt, am besten mit dem Smartphone, um das parallel machen zu können, der landet dann auf unserer interaktiven Umfrage. Ich würde mal sagen, die Geräte zu Hause mal kurz rausnehmen und entsprechend da auf diese Seite gehen. Und jetzt gebe ich noch so diese ein, zwei Sekunden Karenz, damit das klappt. Wir alle wissen ja, Schweigesekunden im Digitalen fühlen sich dreimal so lang an. Ich mache das mal kurz vor. Es tut richtig weh für den Moderator. Aber jetzt müssten die meisten eigentlich das Smartphone parat haben. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal die Befragung. Und die erste Frage ist das, was wir eigentlich bei einem Barcamp normalerweise machen, um uns kennenzulernen. Wer hat welche Expertise? Welche Themen sind hier heute vertreten? Was haben wir für eine interaktive oder digitale Landkarte der Kompetenzen? Man kann jetzt seine drei Hashtags, das kann das eigene Unternehmen sein, das Thema, das man heute gerne verfolgen möchte oder einfach was einen bewegt, hier eintragen. Wir wollen mal gucken, dass wir da eine Wortwolke zusammenbekommen, die jetzt gerade sich aufbaut. Vollblut-Touristiker lese ich jetzt. Und jetzt kommen die ganzen Sachen rein. Und ja, das jetzt zu sortieren, man übernimmt jetzt die KI, nicht ich. Nachhaltigkeit scheint öfter als einmal eingegeben worden zu sein. Das sind also anscheinend öfter eingegebene Hashtags. Mal in klein, mal in Großschreibung. Auch die KI korrigiert das hier. Das ist jetzt ein Ergebnis, mit dem habe ich nicht gerechnet. Das finde ich sehr spannend. Passt vielleicht in die Zeit. Warum es eben zwischendurch Kochbuch groß wurde, man wird es sehen. Digitalisierung, darauf hatte ich gehofft, dass das jetzt in der Wortwolke sich größer entwickelt. Okay, jetzt gebe ich auch hier noch mal ein, zwei Sekunden Karenz. Dann können wir das nämlich auch noch mal auswerten. Danke schon mal dafür. Zweite Stufe der Interaktion ist die zweite Frage. Die ist ganz einfach. Multiple Choice. Da wollen wir nämlich wissen von Ihnen und von euch, von wo aus NRW stammt ihr dann? Wir wollen also hier so eine Landkarte der Teilnehmenden einmal erstellen. Das ist ja wieder der Wettstreit der Region. Ich komme eigentlich aus dem Münsterland und gucke mal. Münsterland, OWL, zweiter Platz. Jetzt sind wir auf dem ersten, so finde ich es gut. Ruhrpott, Köln, Bonn. Die hier versammelten finden das gut. Naja, es mittelt sich aus. Düsseldorf ist schwach. Was ist hier passiert? Sind die falschen Leute informiert worden, was wir hier heute machen? Ich gucke gerade ins Panel. Nicht den richtigen Leuten Bescheid gesagt worden. Okay, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal auch eine ganz gute Tendenz. Das Bergische Land ist auch dabei. Ja, jetzt kommt Köln, Bonn und der Ruhrpott im Wettstreit. Naja, der alte Kampf. Nordrhein-Westfalen eben. Die dritte Frage, machen wir jetzt glaube ich scharf, ist dann nochmal. Diejenigen, die jetzt gerade zugucken, haben die schon mal an einem Barcamp teilgenommen? Analog, digital? Oder vielleicht auch 2019 bei unserer Premiere mit dem Gründercamp? Das ist jetzt spannend. Das heißt für mich als Moderator nachher auch bei dem Barcamp-Teil, dass ich sehr viele nochmal in dieses Format mit reinnehmen muss. Weil das ist jetzt mal ungeachtet der Kenntnis, wie viele geantwortet haben, ein signifikanter statistischer Wert, würde ich sagen. Ich hatte gedacht, mehr hätten auch schon digital teilgenommen an Barcamps. Okay, 680 Prozent noch nicht. Also willkommen beim Format des Barcamps. Das war jetzt der erste Interaktionspart. Wir wollten eben alle da draußen einmal mitnehmen. Das war der erste Part. Und jetzt brauchen wir noch einen weiteren Impuls, der uns inhaltlich mitnimmt. Und da ich jetzt weiß, dass sie ein bisschen verschnauft hat zwischendurch jetzt, weil sie angekommen ist, guck ich rüber zu Dr. Alice Martin, die gleich ihre Keynote halten wird. Das ist für sie auch schon vorbereitet, wie man das so macht bei so einem schönen, arrangierten Event, wie wir das hier haben. Gibt es dafür auch eine extra Position, ein extra Bild. Das machen wir aber gleich. Einmal kurz was zu der Person. Dr. Alice Martin ist, das ist gleich, das werden wir bei der Keynote merken, nicht ganz unrelevant, Hautärztin in Weiterbildung. Das Thema kommt gleich nochmal. Und Mitgründerin von MediLogin und Dermagnostik. Da werden wir auch noch was zu hören. Seit 2021 ist sie zudem Dozentin an der FOM in München und in Düsseldorf. Gibt also ihre Erkenntnisse aus den vor allem letzten eineinhalb Jahren wahrscheinlich auch an andere weiter. Darum geht es heute ja auch, Wissen weiterzugeben. Und in ihrer Keynote wird sie über das erzählen, was sie in den letzten eineinhalb Jahren erlebt hat. Jetzt kann ich dich schon mal rüberbitten, Alice, während du dann rübergehst zu deiner Position, nochmal kurz dann zur Erläuterung. Das ist jetzt gleich die Keynote und den Impuls nehmen wir gleich hier mit in die Gesprächsrunde. Aber jetzt gibt es schon mal eine Viertelstunde gleich Impulswissen für Sie und euch alle da draußen. Jetzt gucke ich kurz rüber zu Alice. Sieht so aus, als ob sie gesettelt wirkt. Ja, sehr entspannt. Dann würde ich sagen, the stage is yours. Dr. Alice Martin. Vielen lieben Dank für die einleitenden Worte. Ich gucke noch gerade auf dem Bildschirm, weil ich nicht die Präsentation sehen kann. Ansonsten kann ich sie aber auch so halb auswendig führen. Ich gucke einmal, wenn ich was klicke. Okay, wird noch geschaut. Ansonsten erzähle ich einfach mal ganz kurz vorweg. Ich war nämlich tatsächlich auch in Essen damals anwesend und ich weiß noch, ich habe mich hingesetzt und habe selber eine Keynote gehört und dachte, wow, Wahnsinn. Damals ebenfalls mit dem Wirtschaftsminister. Ich war ganz begeistert und deswegen ist es so schön, was in kurzer Zeit passieren kann. Das heißt ja, was man innerhalb von fünf Jahren macht, das unterschätzt man. Was man innerhalb von einem Jahr macht, das überschätzt man. So, jetzt sehe ich mittlerweile auch die Präsentation. So, dann starte ich auch einmal ganz kurz. Und zwar das, was man auf der ersten Folie sieht. Hautarzt per App ist das, was wir eigentlich machen. Also ich werde in den nächsten 15 Minuten sprechen einmal über Dermanostik, aber auch insbesondere nicht nur darüber, sondern was ist eigentlich passiert. Und vor allem, wie hat es mir weitergeholfen, dass es so schön auch politisch unterstützt wird, unter anderem auch mit Gründerstipendium mit dem Land NRW. Und ganz vorweg, das war der Ausgangsbefund. Ich bin in der Klinik als Ärztin tätig gewesen in Düsseldorf und hatte immer in WhatsApp Bilder. Hautausschlag, Zecke, irgendetwas Infektiöses und dann die Frage, was könnte das denn sein? Weil man weiß, es dauert extrem lange, bis man einen Arzttermin vor Ort hat. Und es liegt nahe, wenn man jemanden im Freundes- oder Familienkreis hat, einmal schnell das Handy zücken, ein Foto. Es sind ja Blickdiagnosen. Und so ist eigentlich die Idee entstanden. Das heißt, aus der Not der Patienten, der Familie und Freunde heraus haben wir gesehen, Mensch, das geht nicht nur mir so, das ging auch meiner Mitgründerin Estefania so. Und das ist sozusagen unser Ursprung gewesen. Wir sind kurzum dann zum Notar gegangen, haben im Oktober 2019 gegründet. Wir sind vier Ärzte, die das gegründet haben. Eigentlich gar kein BWL-Know-how im Vorweg, aber das ist überhaupt kein Hindernis. Ganz im Gegenteil, das eröffnet auch neue Denkperspektiven. So, jetzt gründet man vier Ärzte. 60.000 Euro kostet so eine Programmierung der App. Wir haben uns das damals ganz genau überlegt und dachten, Mensch, das ist schon eine relativ hohe Summe. Aber es gibt ja die Möglichkeit, dass man sich irgendwie finanzieren lässt. Und jetzt fängt man ja eigentlich an, überlegt, okay, wir sind ein Start-up. Wir haben als Ärzte gearbeitet. Wenn wir jetzt ein Start-up sind, was bedeutet das eigentlich? Und so wie es im Wort schon drinsteckt, man startet, man macht etwas Neues, etwas Einzigartiges, hofft man zumindest. Und man ist kein klassischer Existenzgründer, wie wenn man sagt, ich bin Handwerker. Das ist kein Start-up, wenn man als Handwerker dann tätig ist, sondern ein Start-up ist wirklich eine innovative Idee, wo man von klein auf oder von null auf startet. Und das ist auch ganz spannend, denn in den letzten Jahren zeigt sich, dass wir deutlich mehr im Bereich der Medizin und im Gesundheitswesen aktiv sind, also 9,2 Prozent. Mehr gibt es natürlich im Bereich Information und Kommunikationstechnologie. Und was ich auch sehr spannend finde, Nordrhein-Westfalen ist am Platz drei. Das sind relativ aktuelle Zahlen. Wir haben auch in NRW eben in Düsseldorf gegründet. Ja, und unsere Voraussetzungen waren 60.000 Euro Ausgaben. Dann haben wir uns vier Business Angels und die NRW-Bank hinzugezogen und hatten eine Finanzierungsrunde. Das Ursprungskapital war 300.000 Euro. Und wo ich sehr dankbar bin, wir hatten noch die Möglichkeit für zwei unserer Mitglieder oder Mitgründer, das war Emma Ole und ich, ein Gründerstipendium mit 1.000 Euro pro Monat zu haben. Jetzt muss man kurz erwähnen, netto hatte ich damals 3.300 Euro. Also ich habe mich gedrittelt vom finanziellen her, aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn man macht es ja für diese Vision, die dahinter steckt. Und ja, unser Konzept fußt vier Gründer auf vier Füßen. Deswegen jeder Gründer hat einen eigenen Bereich. Ich bin für Marketing und Presse zuständig. IT und Finanzen übernimmt der Ole, den medizinischen Bereich als Fachärztin für Dermatologie, die Estefania und den Vertrieb der Patrick. Und das sind unsere vier Säulen. Was man sagen kann, mittlerweile sind wir ein großes Team geworden. Im Marketing- Pressebereich sind sechs Mitarbeiter aktiv. In der IT haben wir vier, in der Medizin zwölf und beim Vertrieb drei. Und man sieht, es kommt zu einem starken Wachstum. Aber wenn man sich vom Startup entwickelt und man wird ein Grown-up, und das habe ich lange nicht verstanden, ein Startup ist wie die kleine Pflanze. Ich setze den Keim hinein und gieße jeden Tag. Aber ja, ich weiß noch nicht, wird da etwas draus? Beim Grown-up sehe ich schon die Pflanze. Sie ist sichtbar von außen, aber sie braucht jetzt deutlich mehr Wasser, mehr Pflege, demnächst einen größeren Topf. Der Aufwand ist größer. Und deswegen sind da auch deutlich mehr Kosten. Deswegen kommen dann die nächsten Finanzierungsrunden. Wir sind jetzt auch tatsächlich bei der Series A Finanzierungsrunde. Ja, das ist unser Produkt. Auch als App oder Web-App erreichbar oder verfügbar. Werde ich nachher noch ein paar Zahlen zeigen. Und das, was eigentlich für mich eine der wertvollsten Messages damals war bei dem Vortrag, der Keynote, es ist ein Auf und Ab. Es ist schon das Auf und Ab, wie ich hier hingekommen bin, aber das zieht sich auch in großen Bereichen. Man kann nicht immer alles planen und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist, dass man flexibel ist und dass man auch mal loslassen kann von dieser Idee, wenn etwas mal nicht klappt. Und so haben wir festgestellt, Mensch, rechtlich ist das doch nicht so einfach. Es sah zwischendurch auch mal so aus, als würde es gar nicht klappen. Aber dann findet man immer noch die eine oder andere Möglichkeit. Und ich sage, wie wenn man mit der Welle, ich war jetzt letzte Woche im Urlaub, ja, da kamen die Wellen. Wenn man krampfhaft versucht, sich festzuhalten, dann macht es erstens weniger Spaß und man ist auch sowieso nicht erfolgreich. Also immer mit der Welle mitgehen, auch wenn es einmal einen kurzzeitig zurückwirft. Und ganz wichtig ist als Start-up, wie man Strukturen schafft. Und ich weiß, wir hatten damals auch einen kleinen Impuls in einer Gruppe, da ging es um das Thema Strukturen. Damals noch relativ weit weg für mich, weil am Anfang macht man ja alles im Start-up. Jede Person ist für alles zuständig. Man braucht aber bestimmte Definitionen, also Arbeitszeiten, Büroregeln, dass man Diagramme macht. KPI, ein Begriff, den ich auch erst seit kurzem kenne. Das heißt, dass man wirklich alles, was performt wird, messen kann. Man braucht auch Zielsetzungsgespräche, Mitarbeitergespräche. Man entwickelt sich natürlich als Gründer extrem und das ist auch ganz wichtig, braucht aber diese Bereitschaft dazu. Die Corporate Identity, nach außen, aber auch nach innen. Das heißt, dass man ähnlich auftritt, sei es bei LinkedIn oder auch bei Instagram, dass man die gleiche Schriftart und, und, und benutzt, damit jeder von außen sieht. Es ist wie eine Familie oder Family, die gehören zusammen. Und, ganz wichtig, einheitliche Kommunikationsstrukturen. Man hat vorhin WhatsApp gesehen. Es gibt viele Start-ups, die kommunizieren über WhatsApp, Apps, Slack, über Teams oder, oder, oder. Ich würde wirklich empfehlen, dass man das einheitlich macht. Dann ist es deutlich einfacher und wir haben alle durchgetestet. Falls jemand Fragen hat, kann er sich gerne wenden. Ich kenne jetzt viele Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Bereiche. Und ganz wichtig ist natürlich eine gemeinsame Vision. Das ist in allen Berufen so. Man wird ja nicht Jurist oder auch Arzt, wenn man sagt, ich möchte nachher sehr viel Geld verdienen, sondern weil es das ist, wofür ich brenne. Und das ist auch ganz wichtig beim ganzen Team, dass jeder diese Vision teilt bei uns, bei Dermannostik, eben Patienten 24-7 zu behandeln und eine hautärztliche Behandlung zu ermöglichen. Ja, und aus dieser kleinen Idee ist extrem viel geworden. Was ich ganz schön finde, ist, man kann das auch in Zahlen messen. Und das ist ganz wichtig, weil Ideen haben wir alle. Ich habe jeden Tag ganz viele Ideen. Aber wichtig ist die Umsetzung. Und vor allem kann man, nachdem man es umsetzt, auch merken, dass es einen Erfolg hat. Hier kurz zu unserem neuesten und auch mit erfolgreichsten Kanal. Das ist tatsächlich TikTok. Da haben wir fast 110.000 Follower, über eine Million Likes, machen ganz viele Videos, klären auf über Hauterkrankungen. Natürlich mit dem Ziel, dass Menschen Teledermatologie fassen können, denn das ist etwas sehr Neuartiges, jetzt durch Covid natürlich besser greifbar, aber immer noch nicht da, wo wir sein wollen. Das Gleiche gilt bei Instagram. Auch hier haben wir gesehen, die Menschen, die schicken uns Bilder bei Instagram, genau wie vorher bei WhatsApp. Wir leiten sie dann in die App um, wo sie uns einfach die Fotos zusenden. Und zuletzt auch als Unternehmenskommunikation nutzen wir eben sehr viel im Bereich LinkedIn. Und jetzt noch zu unseren Zahlen. Damals saß ich eben auf der anderen Seite. Es war nicht digital, sondern analog. Aber seitdem hat sich viel getan. Wir haben über 25.000 Patienten behandelt, auf diese Art und Weise. Wir haben über 340 verschiedene Diagnosen gemacht. Wir haben 24.000 die Behandlung und 92 Prozent unserer Patienten brauchen keine Behandlung mehr vor Ort, sondern sind digital abbehandelt. Ja, da bin ich schon am Ende des Impulsvortrags. Bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich auf das anschließende Gespräch. Vielen Dank, Alice. Jetzt kannst du auch wieder zu uns rüberkommen. Wir können auch hier Beispiele platschen. Genau. Das ist etwas, was wir in den letzten Monaten ja so vermisst haben bei Veranstaltungen. Echten Beifall zu hören. Dann können wir das ja auch hier mit fünf Herren machen. Das war ja auch verdient. Vielen Dank für den Input. Das war jetzt ein kleiner schneller Parfumsritt in einer Viertelstunde durch ein Start-up und den Impuls wollen wir aufnehmen. Und dafür möchte ich ganz gerne die Runde hier auch vorstellen, mit der wir jetzt ins Gespräch kommen. Alice Martin muss sich nicht mehr vorstellen. Ich gucke zu meiner Linken und fange an, des Protokolls wegen, aber auch, weil er zu meiner Linken als erstes sitzt. Der Mann ohne den so einiges hier heute nicht möglich wäre, weil das in sein Ressort fällt. Das ist der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr. Andreas Pinkwart. Ich begrüße Sie herzlich. Wir alle wissen spätestens vom letzten Jahr, dass das Thema Start-up und Gründen in NRW Ihnen sehr am Herzen liegt. Schön, dass Sie da sind. Ich gucke ein bisschen weiter rüber zu Oliver Tüllmann. Er ist Seriengründer. Nein, kein Serientäter, aber irgendwie doch im Positiven und seit 1996 im Internet unterwegs. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ach ja, damals. Er hat Firmen in den Bereichen Internetstatistik, SEM, SEO, Realtime Advertising aufgebaut. Aber was er heute, womit er heute zu tun hat, sprechen wir noch, kann man an seinem T-Shirt auch erkennen. Zu seinen Kunden gehören auch die Deutsche Post. Adidas, das haben wir auch im Vorgespräch gemerkt. 2014 gründete er zusammen mit langjährigen Wegbegleitern Giant Swarm. Und was sich hinter diesem großen Schwarm verbirgt, dazu wahrscheinlich nochmal später in der Fragerunde. Hallo Oliver. Hi. Dann zu seiner, jetzt muss ich überlegen, rechten, genau, in der unserer mittleren Position. Torsten Jensen von NR Valley e.V. Das ist das Silicon Valley mitten in Nordrhein-Westfalen. Also eine Interessenvertretung, die sich mit dem Thema Startups und Gründung beschäftigt. Und Torsten ist Experte für Entrepreneurship und Innovation. Auch Seriengründer. Wir haben es ja nur mit Serientätern zu tun. Alice ist noch da etwas frischer, aber ich schätze mal, das wird nicht die letzte Gründung gewesen sein. Er ist auch Mitglied im Beirat, im digitalen Beirat, beim Ministerium. Deswegen passt er heute gut in die Runde. Und ich freue mich auch, dass du da bist. Und jetzt ganz nach außen gucke ich und schlage hier als Wahl-Westfale die Brücke rüber ins Rheinland zu Peter Hornig vom Digital Hub Düsseldorf Rheinland. Auch er hat das Thema sich früh erschlossen. Während des Studiums entdeckte er seine Begeisterung für Entrepreneurship und die Gründung neuer Unternehmen. Das mündete er 2001 in ein erstes Unternehmen. 2006 hat er angefangen, junge Unternehmen und junge Gründer als Business Angel zu unterstützen. Und 2012 gründete er zusammen mit Dr. Clemens Geiter in Düsseldorf First Mover. Und vier Jahre später begann dann seine Tätigkeit als Geschäftsführer des Digital Hub Düsseldorf Rheinland. Hallo Peter. Hallo. Ich fange unsere Fragerunde an mit einer Frage an Dr. Andreas Pinkwart. Wir haben es ja gemerkt, jetzt in den Vorbereitungen, das Setting, wir reden im Prinzip ein bisschen über den Elefanten im Raum, also über die Pandemie und wollen da eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Aber die Folgen sind ja zu spüren, auch in Ihrem Ressort ganz deutlich. Wir haben da ja viel tun müssen im letzten Jahr. Welchen positiven Gestaltungsimpuls nehmen Sie aus dieser Zeit vor allem für die Politik mit zum Thema Gründung? Naja, ich denke, dass die Pandemie uns gezeigt hat, dass wir die Resilienz, Stichwort auch Nachhaltigkeit, was hier oft genannt worden ist, nur werden erreichen können, wenn wir uns auch neuere Methoden zuwenden. Stichwort Digitalisierung, was ja auch stark genannt worden ist. Wir haben es jetzt von Frau Martin gehört, das ist auch ein Unternehmenskonzept. Ohne die Digitalisierung hätten wir die Krise so nie meistern können. Denn sicher Biontech hätte den Impfstoff ohne Digitalisierung nie so schnell entwickeln, testen und dann an den Markt bringen können in Windeseile, was ja ein großer Segen ist. Aber wir auch in der öffentlichen Verwaltung hätten in unserem Ministerium ohne die Digitalisierungsfortschritte, die wir vorher schon erzielt hatten, denn wir sind seit 2019 als Digitalministerium komplett digital in unseren Prozessen, hätten wir das nie, auch unser Hilfsprogramm zum Beispiel, nie starten können, was wir auch voll digital abbilden konnten, relativ schnell auch umsetzen konnten. Sodass, ich sagen würde, auch das Thema Schule, da gab es sicherlich Anlaufprobleme und so weiter, aber dann hatte sich auch schnell vieles an neuen Möglichkeiten eröffnet. Sonst wäre ja auch Unterricht gar nicht denkbar gewesen. Ohne Homeschooling wäre das gar nicht denkbar. Also ich glaube, wir haben in dieser Krise gelernt. Digitalisierung kann uns weiterhelfen, kann uns schneller machen, kann uns resilienter machen und jetzt ist mir nur wichtig, dass wir diese Learnings auch nutzen, um weiter daran zu arbeiten, auch aufzuholen. Wir sind in vielen Bereichen sicherlich gut positioniert, aber in anderen Bereichen müssten wir auch noch schneller werden. Das ist uns jetzt, glaube ich, allen deutlich geworden. Aber diese Gesellschaft ist auch in der Lage, das jetzt zu tun, viel besser als vorher und das sollten wir als Chance begreifen. Neben den erheblichen Nachteilen, die wir auch erlitten haben und Schäden, die wir davon getragen haben, ist das ein riesiges Asset, was wir jetzt nutzbar machen können. Jetzt mal die Frage an Alice Martin. Wir haben diese Veränderungsprozesse ja alle erlebt, von denen Herr Pinkwart gesprochen hat. Jetzt guckst du ja, Stichwort Resilienz ist ja auch ein Begriff, der in der Medizin ja auch eine gewisse Bedeutung hat. Ist da schon ein anderes Bewusstsein geschärft worden in Sachen Digitalisierung und Medizin auch? Oder ist da noch ein klarer Pandemie-Effekt zu spüren und wir kommen langsam erst in diese Bewusstseinsänderung rein? Also ich glaube, vor einigen Monaten hätte ich es noch anders beantwortet, aber mittlerweile ist das so, wie wenn man bei einem Waldstück so einen ganz kleinen Trampelpfad sieht und wir mussten den jetzt nehmen. Oder wenn man sagt, jetzt ist die Straße gesperrt, jetzt müssen alle diese Schleichwege nehmen. Jetzt kennen alle diese Schleichwege. Und das ist meiner Meinung nach im Bewusstsein von denjenigen, die das einmalig genutzt haben, drin. Aber noch nicht jeder hat das genutzt. Die, die gesund waren zum Beispiel, hatten noch nicht Kontakt zur Digitalisierung. Da ist nach wie vor die Hürde da, die Sorge, die Angst. Das sieht man bei uns, finde ich ganz spannend. Wenn man bei der Manostik die Rezensionen sich anguckt, dann schreiben die immer, trotz fünf Sterne, ich war skeptisch. Und ich glaube, das wird noch ein, zwei Jahre meiner Meinung nach dauern, bis dieses Skepsis überwunden ist. Aber nur gemeinschaftlich, durch Politik, durch die Ärzte selber, durch die Patienten, in dem das weiter kommuniziert wird. Jetzt freut sich der Moderator das Stichwort Skepsis. Das ist wie eine Übergabe an Thorsten Jensen. Das hätte man nicht besser skripten können. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen über die Skepsis gegenüber Gründern und Unternehmen generell gesprochen. Ich gebe ein Stichwort schon mal mit rein, das wird Thorsten dann gleich aufnehmen. TKKG, was für ein Bild in dieser Jugendliteratur von Unternehmern gezeichnet wird. Hat das vergangene Jahr mit seinem anderen Modus, mit seinem Ausprobiermodus etwas daran verändert, an diesem Bild von Unternehmern? Gibt es da einen Kulturwandel? Wie würdest du das beurteilen? Stichwort TKKG. Bei TKKG sind im Endeffekt die Unternehmer immer die Bösewichte. Aber grundsätzlich sind ja Unternehmer Menschen, die etwas schaffen wollen, die die Nation voranbringen, die ihre Leistungen einer Gesellschaft erbringen. Und wir brauchen einfach ein Umdenken, einen Kulturwandel, quasi einen Weg der zweiten Chance hinein. Und genau das ist jetzt auch wichtig in Zeiten von Corona. Wir haben hier Menschen, die sind gescheitert, die sind hingefallen und das Ganze unverschuldet. Das heißt, wir können die nicht nur motivieren, wieder aufzustehen, sondern wir müssen ihnen auch in der Gesellschaft die Möglichkeit bieten, dass sie nicht gebrannt mag durchs Leben gehen. Das war das eine. Also ein Weg der zweiten Chance generell. Und ich bin für so ein Thema Mutanfall, würde ich das generell mit beschreiben. Wir brauchen mehr Mutanfälle in Deutschland und in NRW. Und der Minister hat ja eben angesprochen, der BioNTech-Gründer. Bei dem war das so, er wollte damals aufs Gymnasium und hat eine Empfehlung bekommen für die Realschule. Und hätte dann sich nicht der Vater des Nachbarn eingesetzt, hätten wir vielleicht heute nicht diesen Impfstoff. Das heißt, wir müssen junge Leute ermutigen, auch den Weg in eine Gründung reinzugehen. Ich erinnere mich daran, meine Lehrer, du hättest mir damals gesagt, Kind, lern was Gescheites, dann geht es nachher zum Bosch, zum Siemens und dann wird dort gearbeitet, 9 to 5. Aber dass diese Perspektive selbst zu gründen aufkommt, das gab es nicht. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich. Das war aber auch schon vor der Krise. Nur jetzt ist es umso wichtiger, dass man nicht mit dem Stempel gebrannt mag, durchs Land läuft, weil man gescheitert ist, sondern nein, wir müssen allen unter die Arme greifen. Und das muss ja auch nicht jeder gründen. Aber wir müssen dementsprechend den Weg für diejenigen, die das machen wollen, erleichtern. Da haben wir jetzt ja eine Schnittstelle, an der das dann auch noch vielleicht maßgeblich mit gesteuert wird. Die Politik, die Verwaltung. Müssen hat es angesprochen, da ist auch einiges gelernt worden im Schmerz, aber auch in Geschwindigkeit im letzten Jahr. Jetzt gucke ich rüber zu Peter Hornig. Am 10. Juni war der GavTech-Gipfel. Ich glaube, du bist auch da gewesen und hast es zumindest verfolgt, das Thema. Aber auch deine Einschätzung allgemein. Wir gucken auf das letzte Jahr, da haben Bezirksregierungen die Pandemie-Zahlen in Insta-Stories gepostet. Ein Modus, den die vorher nicht kannten. Hat sich da auch etwas verändert an Kulturwandel? Kommt da auch die öffentliche Hand in einen anderen Modus rein? Was würdest du sagen? Auf jeden Fall. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Grund ist, wir mussten. Es war ja keine Alternative, sondern Organisationen, auch Behörden mussten ja schließlich umschalten, um tatsächlich auch tatsächlich sichtbar zu sein. Und ich glaube, in dieser Zeit hat sich jetzt einfach gezeigt, in den letzten 15, 16 Monaten, dass wenn wir müssen, ganz andere Modelle auf einmal denkbar sind. Ob das Homeoffice-Regelungen sind, die vorher undenkbar in Organisationen oder Behörden waren, aber natürlich auch, was Prozesse und Abläufe angeht. Und ich möchte beispielhaft an der Stelle nennen, die Hilfsprogramme für Selbstständige, Solo-Selbstständige, aber natürlich auch für Start-ups. In so kurzer Zeit tatsächlich auf digital umzustellen, Abläufe, auch gerade in Nordrhein-Westfalen, Ihr Hausprofessor, Dr. Pinkwart. Das hat, glaube ich, sensationell funktioniert, vor allem, wenn man die Größe der Aufgabe sieht. Und das zieht sich schwer wie ein roter Faden durch das Land. Und deswegen ist die Antwort von meiner Seite ein klares Ja. Da gibt es eine unglaubliche Entwicklung, die vorher in der Form undenkbar gewesen wäre. Jetzt haben wir über das Müssen-Müssen gesprochen. Vorüber jetzt zu Oliver Tüllmann. Auch da haben wir im Vorgespräch so einige Punkte rausgearbeitet. Gibt es für dich so eine Empfehlung? Jetzt haben wir über das Image von Unternehmern und Gründern gerade gesprochen. Aber was müsste vielleicht nicht ein Gründer müssen, sondern was sollte er machen, um eine bestimmte Wahrnehmung zu erzeugen? Einige denken, Gründer machen das nur, um schnell an Geld zu kommen und die wollen gar kein Unternehmen gründen. Ist das eine Beobachtung, die du auch irgendwie siehst, dass das manchmal so gesehen werden kann? Oder was wäre so deine Anmerkung dazu? Also auf Basis dessen, mit super vielen und jungen Unternehmern, Älteren gesprochen zu haben und das mehrfach gemacht zu haben. Also das, was ich sehe, ist, dass Leute, die erfolgreich sind, das wirklich, wirklich wollen und wesentlich mehr als Geld. Und wenn das nicht der Fall ist, werden sie gerade hier, es geht hoch und runter, es gibt kaum Firmen, Unternehmen, die nicht mal durch ganz tiefe Scheiße gelaufen sind. Ich gebe mal das Beispiel, Google wollte für ein paar Millionen an Yahoo verkaufen, Yahoo wollte nicht. Das ist nicht so, dass die da vorne sagen, wir machen jetzt mehr an Unternehmen. Das sind Leute, die eine Passion für etwas hatten, damit angefangen haben und dann wurde es irgendwie Erfolg und hat wirklich funktioniert. Und das ist das, wo wir sie dann unterstützen müssen, wenn sie Unterstützung brauchen. Entweder einfach aus dem Weg gehen oder halt wirklich unterstützen können. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir den Leuten diese Möglichkeit geben, zu sagen, okay, das wird auch mal doof, aber du kommst da durch. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, Leute, die das wirklich wollen, werden auch keinen anderen akzeptieren. Also wenn die einmal, wenn es einmal nicht funktioniert, wenn die das wirklich wollen, werden die es auch ein zweites Mal tun, egal, ob die Menschheit um ihnen rum sagt, das geht nicht. Und wenn sie umziehen in ein anderes Land. Also das wird passieren, die werden das wollen. Es hat Oliver ja über die Köpfe bei den Startups gesprochen, Peter. Und am Ende des Tages scheint es demnach ja mehr auf den Menschen anzukommen und nicht nur auf die Lösung oder die Idee allein. Heißt das denn auch, jetzt mal über die letzten Monate hinaus nachgedacht, brauchen wir eine neue Art von Führung und welche könnte das sein? Was brauchen wir da für Führungspersönlichkeiten und welchen Stil? Also ich glaube tatsächlich, das, was Oliver gerade gesagt hat, beschreibt Simon Sinek ganz wunderbar die Frage nach dem Warum und dass ich tatsächlich auf einer Mission sein muss als Unternehmer, aber auch als Führungskraft generell. Und wer dem Vortrag gerade von Alice gelauscht hat, der hat, glaube ich, genau das gespürt. Ihr wollt das. Ihr wollt genau das erfolgreich machen und das genau hast du ausgestrahlt. Und ich glaube, das ist die Aufgabe und so lebst du es auch, Oliver, so wie ich dich kenne. Und das ist auch die Aufgabe von Führungskräften in Organisationen und ob das dann eine Behörde ist, ein großes Unternehmen oder ein mittelständisches Unternehmen, ist vollkommen egal. Und ganz wichtig an der Stelle ist, ich glaube, das geflügelte Wort ist auch in der Runde bekannt, das Big Harry Audacious Goal. Das bedeutet nicht, dass ich eine Vision habe, die wir nie erreichen können, aber dass ich eine Vision habe, wo ich tatsächlich hin möchte. Und was ich glaubhaft, und das hast du Alice wunderbar gesagt, nicht nur nach außen trage, sondern auch nach innen in die eigene Organisation, um die ständig mitzunehmen. Und das gilt natürlich auch für jede Form von Organisation, die sich im Wandel befindet. Ob das eine Behörde ist oder ob das auch, wir haben ja große Unternehmenspartner beim DigiHub, die uns begleiten bereits seit fünf Jahren. Auch dort muss an der Spitze jemand sein, das Board, die Eigentümer, der Aufsichtsrat, die eine solche Vision für Veränderung sehr glaubhaft nach innen und nach außen mitleben. Und ja, an der Stelle erwarten, glaube ich, auch junge Talente. Und das ist ein harter Kampf um die Talente von morgen, dass sie so geführt werden, dass da Menschen sind, die das entsprechend berücksichtigen und die den Mitarbeitern eine entsprechende Entwicklungsmöglichkeit auch geben. Also sprechen wir über Veränderung. Und ich gucke jetzt zu Minister Pinkwart. Wir haben ja gemerkt, in den letzten eineinhalb Jahren viel deutlicher als vorher, dass Digitalisierung Gesellschaft und Wirtschaft prägt. in ihrer Entwicklung. Was kann man denn als zuständiger Minister jetzt auf dem Politikfeld für zentrale Handlungsfelder identifizieren und anpacken, um die Punkte, die angesprochen worden sind, auf den Weg zu bringen? Können Sie da so die zwei, drei wichtigsten Handlungsfelder nennen, die man anpacken sollte? Naja, gut, wir müssen sehen, dass wir verschiedene Ebenen, wir haben hier zum Nordrhein-Westfalen auf der Grunde eine Digitalstrategie, die wir schon vor der Pandemie aufgesetzt haben, mit allen Ressorts zusammen, um die wesentlichen Handlungsfelder auch für die Landespolitik zu kennzeichnen. Wir haben auch klare Ziele uns vorgegeben, Kurzmittel, Langfristziele für die verschiedenen Handlungsfelder. Und wir haben eine Zwischenevaluierung gemacht, auch zu Zeiten der Pandemie. Wir arbeiten auch an der Fortschreibung der Digitalstrategie. Und insofern fließen diese neuen Erfahrungen und gestiegenen Herausforderungen, vor denen wir stehen, mit ein. Aber wir müssen, glaube ich, auch sehen, das ist, denke ich, auch für ein Unternehmen, was sich gegründet hat, vor der Pandemie gegründet wurde, vielleicht ähnlich. Die gewisse Fragestellungen waren vorher schon da, die haben sich jetzt nochmal beschleunigt, die haben sich verändert. Aber sie sind dadurch jetzt nicht schon zu revidieren. Wir haben verschiedene Handlungsfelder. Wir reden von der Infrastruktur, über digitale Schlüsseltechnologien. Wir sprechen über die digitale Wirtschaft, über digitale Start-ups. Wir reden über das digitale Gesundheitswesen, das digitale Bildungswesen. Diese ganzen Themen, die haben wir als Gesellschaft zu bestreiten. Wir haben digitale Modellkommunen schon in 2018 an den Start gebracht in Nordrhein-Westfalen. Die hatten nicht nur das Thema E-Government, natürlich auch, aber wir hatten das Thema Smart City. Das heißt, in die Breite hinein, bis hin zum Sportbereich, zum Freizeitbereich, Gesundheit, Pflege. All das sind Handlungsfelder für die Smart Cities, an denen wir arbeiten. Und insoweit würde ich sagen, wir brauchen einen Rundumblick. Wir brauchen eine Offenheit der Gesellschaft. Und das hat sich eben verstärkt, die Offenheit, die Kompetenzen. Stellen Sie sich mal vor, das habe ich als eine der Herausforderungen gesehen, schon 2017, 2018, als ich hier wieder ins Amt kam, dass wir über 200.000 Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen haben, die interessanterweise vom Staat für einen digitalen Unterricht vor der Pandemie gar keine Geräte zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich bin ja Hochschullehrer und bin auch beamteter Hochschullehrer in Nordrhein-Westfalen gewesen seit den 90er-Jahren. Ich habe immer meine technischen Geräte schon damals vom Staat zur Verfügung gestellt bekommen, die ich an digitalen Geräten brauchte. Ein Lehrer hat das nicht bekommen. Der hat bis vor wenigen Monaten, möchte man fast sagen, mit seinem eigenen Rechner den Schulunterricht versucht mit zu organisieren. Dann ist aufgefallen, durch die Datenschutz-Grundverordnung, dass er auf seinem Privatrechner die Adressen der Schüler nicht benutzen dürfte. Auch ein interessantes, auch vor der Pandemie. Jetzt haben wir es dank der Pandemie geschafft, weil auch zusätzliche Mittel bereitgestellt wurden, dass alle Lehrerinnen und Lehrer vom Staat die technischen Devices zur Verfügung stehen. Auch die Kinder, deren Elternhaus das nicht organisieren kann. Haben wir auch nachgearbeitet. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen an. Ja, wo stehen wir eigentlich bei der Digitalisierung? Ja, wenn die Grundausstattung schon fehlt. Als ich 2017 im Sommer ins Wirtschaftsministerium kam, was ja dann auch Digitalministerium wurde, da habe ich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter gefragt, haben denn alle ein entsprechendes Notebook und ein Smartphone? Nein. Das haben wir dann erstmal für alle Beamtinnen und Beamten angeschaut. Wir haben gesagt, wir wollen uns komplett digitalisieren. Dann muss ich auch mobil arbeiten können. Gott sei Dank waren wir vor der Pandemie fertig. Wir waren dann komplett digitalisiert, E-Akte gelaufen haben und alle hatten die Devices. Aber das mutet jetzt manchen komisch an, gerade der Start-ups. Wir sagen, um Gottes Willen, hatten die das dann noch nicht? Nein, die hatten das nicht. Und vielfach ist es auch noch nicht, auch in den Kommunen und so, noch nicht flächendeckend. Und wir müssen eben in die technische Ausstellung, die Netze müssen vorhanden sein und dann muss der Content vorhanden sein. Und beim Content ist es auch noch nicht einfach. Wir haben das OZG bis 2022, sollen alle Bürger einen Online-Zugang haben. Aber was nützt mit dem Online-Zugang, wenn die internen Prozesse analog sind? Also arbeiten jetzt Bund, Länder, auch mit Kommunen daran, auch in Digitallaboren, alle Prozesse zu digitalisieren. Das wird aber nur gehen, wenn wir uns auch auf Standardisierung konzentrieren, wenn wir Open-Source-Angebote für die Kommunen machen, dass sie sich kostenlos die Software runterladen können, um ihre internen Prozesse zu bewältigen. Bisher haben wir die damit alleine gelassen. Und jeder hat so ein bisschen für sich sich digitalisiert und mit den regionalen IT-Centren, zusammengearbeitet und sich ausgetauscht. Das werden wir so nicht durchhalten. Die Bürger erwarten spätestens mit der Pandemie jetzt, dass die Dinge schneller vorankommen und dass ein Angelschein, den sie haben wollen, in Nordrhein-Westfalen sich genauso leicht beantragen lässt und in selber Form wie in Bayern oder in Schleswig-Holstein. Und das geht ja alles über Portale. Deswegen ist das digitale Gewerbeamt, das haben wir sehr stark aus Nordrhein-Westfalen vorangepusht, arbeiten am digitalen Bürgeramt und so weiter. Und das gilt es jetzt sehr schnell softwaremäßig umzusetzen, verfügbar zu machen und dann in die Breite auch hineinzutragen. Das sind jetzt sehr strukturelle Themen, die Sie angesprochen haben, die auf den Weg gebracht worden sind. Jetzt gucke ich nochmal rüber zu Alice Martin. Sie haben auch einige Bereiche aus der Gesellschaft angesprochen. Jetzt gucken wir nochmal auf die Gründerinnen. Ich habe das mal extra hinten raus betont. Habt ihr irgendwas gemerkt, wo ihr euch zunächst als zwei Frauen auf den Weg gemacht habt? Bei all dem, was strukturell jetzt vorbereitet wird, ob es da auf der gesellschaftlichen Ebene auch noch vielleicht was zu tun gibt in Richtung Gründung und Startups. Habt ihr als Frauen gemerkt, dass gerade mit dem Blick auf Investoren da noch was zu gestalten ist? Das ist ein sehr schönes Thema, weil es kennzeichnet unseren Moment, wo es ein Voranscheitern war. Tatsächlich war ja lange die Überlegung, dass wir als zwei Frauen gründen. Wir haben das erste Unternehmen auch als zwei Frauen. Hat alles gut geklappt. Wir brauchten keine Investoren. Dann haben wir, unser allererster Pitch war an der Universität in Düsseldorf im Rahmen eines Wettbewerbes. 50.000 Euro Preisgeld wäre super gewesen. Wir hatten ja 60.000 Euro eingeplant, dachten 10.000 könnten wir aufbringen. Und es war alles top. Nach dem Pitch und nach allem, was durchgeguckt worden ist, kam dann eine Frau zu uns und meinte, es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen das sage. Ich habe lange mit mir gehadert. Sie sind zwei Frauen und damals war Stefania schwanger. Sie werden den Preis nicht bekommen, obwohl sie die beste Idee haben. Und obwohl alles, also ich, sie hat es wirklich, ich fand es toll. Wir haben lange überlegt, ob wir das hätten wissen wollen. Finde ich aber gut, weil jetzt kann ich die Geschichte erzählen. Es hat ein anderes Unternehmen gewonnen, also als Pitch-Idee, die es nicht gibt. Der Punkt ist aber, es hat uns nicht aufgehalten. Und das ist genau das. Es ist egal. Es gibt immer irgendwelche Hindernisse. Und man findet dann die Lösung. Und das hat Elon Musk so schön gesagt. Gründen ist wie Glas essen. Es ist wirklich, es klingt erst mal so, aber es gibt ganz viele Momente, wo man denkt, das gibt es doch jetzt nicht. Warum? Und am Ende ist es aber, und deswegen sagt er das, und ich habe auch reflektiert, er sagt es und sagt, wenn jemand das weiß und trotzdem gründet, dann hat er das richtige Mindset. Und deswegen ist es auch für Frauen große Hindernisse, Schwierigkeiten und, 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 trotzdem möglich. Also wir haben es ja unabhängig davon geschafft. Es ist aber schade, weil man muss manchmal die Extrameile als Frau gehen. Und vielleicht wird das dann als so bissig wahrgenommen. Aber das ist einfach, weil man entwickelt so eine dicke Haut, die man auch gar nicht haben möchte. Deswegen freue ich mich, diese Geschichte jetzt erzählen zu dürfen, in der Hoffnung, dass die anderen Investoren in Zukunft auch Frauen die Chance geben, weil sie hat das Kind entbunden, zweite Tochter, und konnte wunderbar nachts befunden. Und die Patienten dachten sich, das gibt es da nicht. Welcher Arzt ist um drei Uhr nachts wach? Sie war am Stillen und konnte das eben machen. Ich hoffe, der Appell Richtung gesellschaftliche Entwicklung im Kontext von Gründung ist deutlich geworden und rausgegangen. Stichwort Mindset, was du gesagt hast. Gucke ich rüber zu Oliver Tillmann. Du machst etwas bei Giant Swarm, was man erst mal verstehen muss, was ihr da überhaupt tut. Ich sag mal, wenn Ende Dezember 2022 die Fußball-WM als Streaming-Angebot und Weihnachtsbestellungen last minute zusammenkommen, könnte es sein, dass ihr euren Kunden was bereitstellen müsst? Kannst du gleich nochmal kurz erklären. Heißt das aber auch, dass Gründer bei der schnellen Bereitstellung digitaler Service einen Paradigmenwechsel eigentlich vollziehen sollten? Nichts mehr fertig programmieren wie die App von Alice, sondern was Dynamischeres? Vielleicht erklärst du kurz, was du machst, dann kann man meine Frage auch verstehen. Kriegst du das in einem Satz hin? Ja, ja, ich versuche es in einem Satz. Ich wollte noch eine Sache sagen. Wir haben einen Preis nicht gewonnen, weil uns gesagt worden ist, ihr braucht es ja nicht. Ihr habt mehrere Firmen gehabt, das ist ja nicht. Ihr wart die Besten, aber die anderen brauchen es mehr. Deswegen passiert in vielen Sachen komische Dinge. Was tun wir? Wir haben auf Basis unserer Erfahrungen von früher eine Basis-Infrastruktur gebaut, die heute eine deutsche Telekom, Adidas, Vodafone, Shutterstock in Amerika und viele andere nutzen, um ihre verteilte Software zu bauen. Weil heutzutage, wenn jetzt die WM läuft und sich da ein paar Leute einloggen wollen, dann ist das nicht mehr ein Server, dann sind das irgendwie 200 und dann sind das lauter Services. Gutes Beispiel, wenn man auf Amazon auf die Homepage geht, redet man am Ende mit 200 verschiedenen Teams, die Teile dieser Homepage im Baukastensystem bauen, die auf tausenden von Servern laufen. Dieses Verteilsystem betreiben wir für einige Großkonzerne. Und als solches sind wir auch mit denen sehr eng verbunden, versuchen ihnen zu helfen, in diese neue, moderne Welt reinzukommen. Es war zum Beispiel ja früher einfach so, dass ich gesagt habe, okay, meine Webseite muss laufen. Heute hat sich das gewandert von Mean Time to Failure, wie lange braucht es, bis das kaputt geht, zu Mean Time to Recovery. Weil wenn ich Innovation betreiben will, muss ich wahnsinnig nach vorne rennen und dann werden Fehler passieren und dann muss ich mich einfach nur kümmern, habe ich eine Struktur, wo ich aus diesen Fehlern schnell lerne und sie wieder ganz kriege. Und das ist der größte Mindset-Shift, glaube ich, der da passieren muss, der auch bei den Großkonzernen wahnsinnig schwerfällt. Wie du gerade meintest, ich glaube, die Leute müssen an etwas glauben. Du glaubst daran, dass hier diese ganzen Sachen, früher oder später irgendwelche Hautsachen über eine App etc., wahrscheinlich noch andere Sachen, irgendwie diagnostizieren und sogar helfen könnt und das wesentlich mehr Leuten einfacher machen, die viel schnell, die seit Monaten nicht zum Arzt gehen und mal beim kurzen Foto machen würden. Ja, man muss an irgendwas glauben und das hilft. Und das versuchen wir den Firmen natürlich auch zu erklären. Jungs, jetzt glaubt doch mal einfach, wird das mehr Traffic werden? Wird dieses Feature den Leuten helfen? Könnt ihr das messen? Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass die Leute fail forward fast, sagt man ja auch, und einfach an irgendetwas glaubt. Elon Musk, wir müssen zum Mars. Bums, basta. Gibt kein Warum, Wie, Was und so weiter. Ist halt so. Wir müssen von diesen Verbrennern weg. Ob das gut oder schlecht ist, irgendwann ist Öl alle. Wie schnell, ist egal. Irgendwann ist es alle. So, und wir glauben dran, dass diese moderne Softwareentwicklung für die großen Firmen wichtig ist. Und dann müssen wir eine Struktur dafür bauen, die das ermöglicht. Und ich glaube, das ist das Wichtige. An irgendetwas ganz tief glauben, damit du da durchkommst, damit du wirklich Leuten hilfst. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken bei einem Zeitplan, der schon völlig durcheinander geraten ist. Entschuldigung. Und würde in die Abschlussrunde auch schon gleich gehen wollen. Wir sind mir noch ein bisschen weit weg von Weihnachten. Ich kann diese normale Frage, was wünschen wir uns, noch nicht stellen. Wir sind ja auch in so einem Sommersetting. Aber da gehe ich jetzt mal bei Thorsten Jensen, fange ich an und ziehe das ein bisschen vor. Aber wir können ja vielleicht Ratschläge und Hilfestellungen für die da draußen, für die uns zuschauen, vielleicht mit auf den Weg geben. Gibt es bei dir einen Rat, den du geben möchtest? Vielleicht gerade in diesem Wechselspiel zwischen öffentlicher Hand und Gründern. Was würdest du da für so einen Ratschlag mit in die Welt geben? Also der Herr Minister hat ja vorhin schon angesprochen, das Thema OZG, Landzugangsgesetz. Und dort stehen große Mittel vom Bund zur Verfügung. Und auf der einen Seite möchte ich den Appell an die Startups richten. Überlegt euch auch mal den Markt B2G genauer anzuschauen. Und auf der anderen Seite der Appell Richtung Ministerium und Verwaltung, die Einkaufsprozesse auch dahingehend so zu gestalten, dass sich Gründerinnen und Gründer darauf bewerben können, sich mit einbringen können. Weil wenn man sich jetzt anschaut, die große Digitalisierungswelle, die jetzt auf die ganzen Behörden mit zukommt, die kann gar nicht von der Beratermannschaft, die es aktuell in Deutschland gibt, gehandelt werden. Das heißt, man braucht eine innovative Beschaffung, braucht neue Beschaffungswege. Und gerade Startups können da helfen. Also selbst die Umsetzungshilfe des OZG schreibt ja mit vor, dass Startups gerade im Bereich KI, Chatbots, Virtual Assistant besonders mit berücksichtigt werden sollen. Also da wäre mein Appell, dass wir da noch mehr auch in NRW für die Startup-Szene machen. Und auch da nochmal an den Appell an die Verwaltung. Normalerweise scheitert es dran, dass es heißt, ein Startup kann ja im nächsten Jahr schon wieder weg sein. Wir haben ja vorhin über Open Source gesprochen und Open Source hilft ja genau an der Stelle. Das heißt, wenn auch ein Startup irgendwie, wenn eins stolpert und Hilfe fällt, Open Source kann man weiter benutzen. Dann kann ein nächster Startup daran aufsetzen, daran arbeiten. Das heißt, da ist schon mal eine Hürde weg. Und grundsätzlich ist es ja eine besondere Art der Wirtschaftsförderung, die sie in die Region mit reinbringen. Denn das heißt, jedes Startup, das bei so einer Ausschreibung mit gewinnt, zahlt ja auch später dann mit Steuern und das Geld kommt wiederum in die Staatskasse mit rein oder in die Landeskasse in dem Fall. Und das werden meine Appelle bei Wünsch dir was heute, dass wir im Bereich Gavtech und OZG noch ein bisschen stärker auf die Startup-Szene achten. Jetzt habe ich dem Interessenvertreter von NRW die Chance gegeben, einen Appell an den Minister zu richten. Kannst du noch kurz geronnen einen Rat an die Gründer da draußen geben, wie man in dem Kontext vielleicht vorgehen sollte? Im Endeffekt sich erst mal mit dem Thema B2G auseinanderzusetzen, sich die Prozesse genau mit anzuschauen, aber auch in den Kontakt generell zu treten. Bei uns gibt es beispielsweise einen Ansprechpartner für Gavtech. Es gibt eine Fachgruppe, man kann dort in Dialog treten, wir bieten Workshops an über Vergaberecht, alles kostenlos für Startups. Und da kann man sich erst mal informieren, kann Fragen stellen und dann mit uns gemeinsam die nächsten Forderungen aufbereiten, die wir dann wiederum in die Politik richten. Und ein Appell an die Startups, vielleicht auch nochmal mit raus, Verkaufen von Tag 1. Also wir reden hier über das Gründerstipendium und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man nicht früh genug in den Sales generell mit reingeht. Mir hat man, ein Mentor damals gesagt, zwei Fragen gestellt. Can you make it? Can you sell it? Can you make it? Das hake ich bei den meisten Startups ab. Also wenn man das nicht hinbekommt, dann wird das schon mal nichts. Aber das Thema Can you sell it? Das kommt oftmals zu spät. Und wie das genau funktioniert, können wir nachher in der Session zusammen sprechen zum Thema Sales Excellence. Da hat jetzt jemand für das Barcamp schon Werbung für seine Session gemacht, was aber okay ist, weil aus unserem Kreise jemand ist, der eine Session anbietet. Jetzt frage ich das G bei B2G, was links vor mir sitzt, den Minister. Jetzt frage ich aber mal die Person. Was haben Sie in dieser nicht absehbaren Herausforderung in der letzten Zeit, wo Sie auch weitreichende Entscheidungen kurzfristig treffen müssen? Was haben Sie für sich gelernt, was Sie vielleicht als Ratschlag Gründern mit auf den Weg geben können? Ja, ich denke, das, was eben auch in der Diskussion war, dieser Purpose-Ansatz, man muss schon wissen, warum man was macht, was man will. Den unbedingten Willen ist auch wirklich dann erreichen zu wollen, offen zu sein, stark im Team zu denken, mit Teams zusammen zu sein, mit starken Persönlichkeiten versuchen, zusammenzuarbeiten und auch ehrgeiziger noch zu sein in der Zielformulierung und auch in der Zielerreichung. Dadurch haben wir sehr viel gewonnen. Man muss sich konzentrieren, man muss sich fokussieren und dann gelingt unglaublich viel. Das sehe ich auch bei vielen Gründern, die wirklich dann eben auch rund um die Uhr dabei sind, die das vorantreiben wollen und sich nicht entmutigen lassen, wenn sie fest davon überzeugt sind, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Die MNA-Technologie von Biontech und anderen, die hat drei Jahrzehnte gebraucht. Die Forscher mussten schon einen langen Weg aufgehen und die haben daran geglaubt. Die haben wirklich gearbeitet und als es dann zum Schwur kam, haben sie sich konzentriert und alles darauf gesetzt, in kürzester Zeit eine Lösung zu bringen. Und ich glaube, das kann man hier nur noch mal unterstreichen. Und immer wieder offen zu bleiben, auch für Partnerschaften. Das ist angeschaut worden, B2G. Ich nehme mal das Beispiel Uberge. Uberge ist Partner unserer Modellkommune Aachen gewesen, als Gründungsunternehmen hier in Nordrhein-Westfalen, haben dort mit Blockchain-Technologie in den Projekten gearbeitet. Und dann haben sie sich erfolgreich mit einem großen, mit IBM zusammengetan und haben sich um den Impfpass, den digitalen Impfpass beworben und waren erfolgreich. Biontech geht mit Pfizer zusammen. Also ich glaube, man muss auch sehen, dass man nicht diese Berührungsängste hat oder wie Sie das gesagt haben, mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Weil man muss auch skalieren. Oder was wir hier in Nordrhein-Westfalen auch sehr stark vorantreiben, weil wir so viele Familienunternehmen haben, so viele Hidden Champions, von denen noch mehr auch bereit sind, sich zu öffnen für Startups, um auch neue Geschäftshelder für sich zu erschließen, auch Joint Venture bereit sind einzugehen. Und das können auch ganz spannende Partnerschaften sein, um schneller skalieren zu können. Diese Absatzkanäle, die globalen Absatzkanäle mitnutzen zu können, die diese Unternehmen haben und davor keine Angst zu haben, etwa geschluckt zu werden oder sowas. Manche glauben ja, sie seien sich selbst genug. Und das meinen wir manchmal in der Politik und der Verwaltung auch. Wir können das alles schon alleine. Aber das hat die Krise gezeigt, das schaffen wir nicht. Wir müssen offen sein, auf andere zugehen, gerade auch auf die Startups. Da haben wir viel von gelernt und sind schneller geworden. Wir müssen auch mit externen Dienstleistern arbeiten. Geht gar nicht anders, wenn wir die tausend von Anträgen schnell bearbeiten wollen. Und das funktioniert aber auch. Und ich glaube, das hat die Gesellschaft gelernt, auch an Solidarität im Zusammenwirken. Wir sind zusammen vielfach stärker. Und das gilt auch für Startups. Die müssen sich vernetzen, müssen offen sein für verschiedene Partnerschaften auch. Und insoweit, und vielleicht noch den einen Wunsch, sollte ja Weihnachten vorweggenommen werden. Ich wünsche mir, dass die Startup-Szene hier in Nordrhein-Westfalen jedenfalls weiter mit Optimismus ans Werk geht. Wir haben heute gerade mit der NRW-Bank NRW Venture aufgelegt, haben das Venture-Geschäft nochmal weiter professionalisiert. Also wir tun alles, was in unseren Kräften steht, um ihnen gute Rahmenbedingungen zu liefern. Ich sehe großartige Chancen durch die großen Themen Digitalisierung und auch Klimaschutz. Viele Bereiche sind im Umbruch. Das ist die Zeit für Startups schlechthin. Und ich freue mich darüber, wenn Sie Ihre Chancen wahrnehmen. Die Vernetzung werden wir nachher noch vornehmen können in dem Barcamp-Teil. Ich möchte ganz gerne noch von unseren anderen Panel-Teilnehmern noch kurz dann auch nochmal ein Statement abholen. Wir haben diese Formel Bleib gesund. Das wird sich, glaube ich, verstetigen. Ich gucke rüber zu Alice. Das ist eine Verabschiedungsformel mittlerweile, die ist normal. Aber ich glaube, da verändert sich auch was. Will ich von dir irgendwas hören, was in diese Richtung geht, was man so als allgemeingültigen Rat auch mitnehmen kann? Du hast die Keynote gehalten. Steve Jobs hat bei seiner Keynote in Stanford damals dieses schöne Stay Foolish geprägt. Gibt es irgendwas zwischen Bleib gesund und Stay Foolish, was du uns mit auf den Weg geben kannst? Ich weiß, das ist jetzt fies. Eigentlich bleib optimistisch, weil das kann man so schön auf das eine als auch auf das andere übertragen. Bleib gesund, ja. Gerade bei Gründung auch was Gefährliches, weil man neigt dazu, mehr zu arbeiten, als man kann. Eine Zeit lang kann der Körper das, aber nicht dauerhaft. Deswegen ist das Bleib gesund auch schön, nicht nur auf das sich nicht infizieren, sondern auch auf das mental, psychisch gesund bleiben und optimistisch, dass eben bessere Zeiten kommen und der Körper dann durchhält. Peter Hornig, dein Rat, vielleicht nicht nur an die Unternehmen, die im Nachwuchs jetzt sind, das klang hier eben an, auch die Inhaber und familiengeführten Unternehmen. Gibt es da auch einen Rat an Unternehmen, die schon länger im Geschäft sind und was Neues wagen wollen? Auf jeden Fall. Tatsächlich, Herr Minister, Sie haben es gesagt, offen zu sein, offen zu sein für die Zusammenarbeit mit Startups, sowohl im Mittelstand als auch bei großen Unternehmen. Gibt es da tatsächlich noch Optimierungsbedarf, offen zu sein für die Zusammenarbeit mit Startups? Es ist viel passiert in den letzten zwei bis vier Jahren, das will ich überhaupt nicht verhehlen, aber da geht definitiv noch mehr. Und das eine ist, dass Startups tatsächlich als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen werden müssen, dass es wirklich darum geht, dass man über eine ernstzunehmende Business-Partnerschaft spricht und dass man diese Offenheit auch hat. Junge Unternehmen und da unterscheiden sich etablierte Unternehmen auch nicht von Behörden. Man muss sich aneinander annähern. Tatsächlich, man braucht auch eine Schnittstelle in der jeweiligen Organisation dann für die Zusammenarbeit, aber überall dem braucht es dann auch tatsächlich einen gelebten Plan, der üblicherweise auch gerade im Mittelstand von den Eigentümern und oder Geschäftsführern kommen muss, wie man an der Stelle mit jungen Unternehmen zusammenarbeitet oder allgemein auch jenseits von F&E Innovationen im Unternehmen leben möchte. Und auch an der Stelle, was ich mir wünsche, wo wir gerade bei Wünschen sind, das ist tatsächlich auch, was Sie gerade gesagt haben, ich wünsche mir deutlich mehr auch Venture-Capital-Aktivitäten von Unternehmen, auch aus dem Mittelstand und auf der anderen Seite sehr gerne auch von den Eigentümerfamilien und dass man sich der Anlageklasse Venture-Capital noch mehr nähert, um Startups noch besser unterstützen zu können. Und an der Stelle auch noch vielleicht ein ganz letzter Rat an Gründer allgemein, bleibt in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, in fünf Jahren wird es keinen besseren Ort geben oder kaum ein Ort in Deutschland, wo man bessere Rahmenbedingungen findet. Und ich glaube, in keinem Bundesland ist die Entwicklung so rasant gewesen, wie es hier in den vergangenen fünf Jahren der Fall gewesen ist. Ein bisschen Demut tut auch immer noch gut. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber wir sind von so vielen Seiten in einer so guten Ausgangsposition mittlerweile, dass niemand mehr aus Nordrhein-Westfalen weggehen muss, um ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Jetzt habe ich als Letzten auf der Liste Oliver Thüllmann. Den habe ich extra da hingelegt, weil ich weiß, dass er auch gut eine Punchline raushauen kann. Mal unter uns digitalen Dinosauriern. Dein Rat für die Gründer da draußen? Spaß an dem haben, was man da tut. Weil wenn, also, der Punkt ist ja, wenn man eh dafür brennt, man muss daran Spaß haben, weil es wird Ewigkeiten dauern. Und das, und es macht wirklich Spaß. Wir haben, ne, das Team von Giants Forum arbeitet seit 16 Jahren zusammen, haben mehrere Firmen zusammen, gegründet, weil es uns Spaß macht. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten, aber zusammen funktioniert das wirklich gut. Und es geht nicht um das Ziel, es geht um den Weg und der Weg muss Spaß machen. Wenn du nur sagst, ich mache das jetzt, weil irgendwann wird es cool, ist doof. Das muss jetzt schon Spaß machen, von vorne an. Und die guten Gründer, die ich kenne, denen macht dieser Weg Spaß. Danke ich an dieser Stelle für alle, die heute bei dem Panel dabei waren. Vielen Dank. Ich fasse mal kurz zusammen. Bleibt optimistisch, bleibt gesund, habt Spaß, sprecht mit dem G, fragt aber auch die etablierten Unternehmen, damit sie vielleicht mal ein bisschen in die Gründer investieren. Und dann kommen wir, glaube ich, mit Spaß voran und haben noch mal ein paar Gründer mehr in dem, wie wir so gehört haben, ganz gut geeigneten Gründerland NRW. So scheint sich das ja anzuhören. Vielen Dank nochmal an alle, die jetzt erstmal noch hier verbleiben, weil wir haben jetzt quasi einen kleinen Programmwechsel, obwohl man das gar nicht merkt jetzt hier im digitalen Informations- und Datenstrom. Es ist nämlich das Ende des Streams. Also für diejenigen, die das Ganze jetzt hier, die Panel-Diskussion im Stream nur wahrgenommen haben, weil wir jetzt den Übergang haben in das Barcamp, wofür das man sich ja anmelden musste. Ich verabschiede also jetzt, das ist so wie bei der Eurovision früher, die Zuschauer aus Österreich und der Schweiz, die jetzt den Stream dann geguckt haben und uns verlassen. Dann sage ich danke und wünsche alles Gute. Bleibt gesund, bleibt optimistisch, dann klappt das schon. Und mache jetzt eine kurze Kunstpause für die Regie, damit wir hier gleich den Übergang gehen. Also vielen Dank und bis dahin. Und gucke jetzt auf meine Notizen und spreche jetzt also diejenigen an, die bei uns bleiben, um in das Barcamp rüber zu wechseln. Warum behalte ich jetzt hier vorne die Personen im Wirkkreis noch hier bei mir? Weil die gleich mitwirken, stellenweise, solange sie noch Zeit haben. Wir haben nämlich jetzt das Barcamp, was wir eigentlich machen wollten. Und das Barcamp müssen wir dieses Jahr digital machen. Das heißt, wir können uns also nicht treffen und in diesem Unkonferenzformat, wo man nicht weiß, was im Einzelnen passiert wird in den einzelnen Beiträgen, in den sogenannten Sessions, das können wir jetzt hier nicht pitchen. Wir können also nicht uns so digital treffen und die Ideen, die man in die Sessions reinbringt, hier vorstellen, das springt den hier vorgesehenen zeitlichen Rahmen. Deswegen haben wir das vorab abgefragt und haben tatsächlich eine ganze Reihe von Session-Vorschlägen bekommen, über die wir gleich sprechen werden, die man sich aussuchen kann, daran teilzunehmen. Es bleibt aber das Programm von euch und jetzt wechsle ich wieder in das Barcamp-Do. Es ist also randvoll das Programm mit Beiträgen von den Teilnehmenden, die dann zu Session-Gebenden werden. Und eine Session kann eine Präsentation sein, ein Impuls, wie wir den gehört haben, von Alice oder einfach die Diskussion einer Frage. Das werdet ihr gleich sehen. Wir haben das heute so organisiert, wir bleiben jetzt hier in der Zoom-Geschichte drin und haben Breakout-Sessions, also Räume vorbereitet, weil das auch im echten Barcamp die Räume gewesen wären, mit denen wir normalerweise hier uns treffen und uns austauschen. Es gibt also sieben Stück an der Zahl. Bevor wir das starten, kurz mal eingeblendet, das Tableau an den Sessions. Das könnt ihr jetzt im Detail nicht lesen, wir auf den Vorschau-Monitoren auch nicht. Wir gucken jetzt alle angestrengt drauf. Das haben wir vorbereitet. Auf der Landingpage dieses Barcamps von heute findet ihr diese aktualisierte, da sind heute noch zwei, drei Änderungen reingekommen, das aktualisierte Tableau mit den Session-Themen noch im Einzelnen vor. Das solltet ihr vielleicht parallel auf der Landingpage aufrufen. Oder ihr macht jetzt einen Screenshot oder seid super schnell im Stenografieren, dann habt ihr es auch abgeschrieben. Ich würde den Screenshot bevorzugen oder die Landingpage. Wir haben drei Durchläufe a 30 Minuten, in denen diese sieben Dinger, es sind manchmal nur fünf, oder sechs und dann durchlaufen. Und bevor wir das also gleich starten, noch der Hinweis, Breakout Sessions, der Start, das kann sich unterschiedlich auf den Endgeräten da draußen präsentieren. Solltet ihr euch nicht automatisch dazuweisen können, helfen wir euch. Wichtig, ihr seid völlig frei in eurer Entscheidung, wohin ihr geht. Das können wir euch nicht vorgeben. Wir starten hier gleich, da gucke ich rüber zum Kollegen Wolfgang, der zuckt jetzt schon, die Breakout Sessions. Und wenn er das gedrückt hat, dann erscheint bei euch auf dem Schirm die Liste dieser sieben Räume. Wenn ihr mit der Maus dann drauf fahrt, am besten also in der Desktop-App, dann seht ihr, dann könnt ihr auf Teilnehmen klicken und in den Wunschraum reingehen. Auf dem Tablet wäre das, links in den Bereich tippen, dann kommt das fliegende Menü und dann kann man sich die Räume auch aussuchen. Und dann geht das da direkt rein. Wir starten das noch nicht, weil sonst wären wir euch jetzt schon los, ihr wärt schon in der Session und würdet den Erklärungen nicht mehr zuhören. Wir haben in jeder Session Raum Patinnen sitzen, die euch helfen, als Sessiongeber oder als Teilnehmende und ein bisschen mitorganisieren, Impulse geben. Also wir lassen euch da nicht allein. Ich werde auch gleich rüber hier in den Airstream-Wohnwagen huschen an meinen Breakout-Platz. Das gleiche gilt, glaube ich, für den Minister. Er hat ein bisschen Zeit mitgebracht. Bei Alice weiß ich nicht, ob sie noch die Beulen ausbeulen muss, ob sie Zeit findet. Die Herren sind aber auch dabei. Es gibt also die Chance, der Kino-Speakerin, dem Minister und den anderen drei Kollegen da drüben mit ihrer Expertise in den Sessions zu begegnen. Ich kann euch nicht sagen, wo das wer sein wird. Wundertüte, das ist im Barcamp immer ein bisschen Überraschung. Also einfach mal reinschauen. Nochmal gesagt, wer das gleich nicht hinkriegt mit der Session-Auswahl, wir bleiben hier im Hauptraum und würden euch dann unterstützen, in den jeweils richtigen Raum zu kommen. Kleine Empfehlung dafür, damit das hier nicht in einer Kakophonie offenen Mikros endet. Schreibt dann, wenn ihr merkt, ihr kommt nicht rein, in den Chat, den Wolfgang verfolgt, euren Wunschraum rein und dann weisen wir euch mit eurer Nutzerkennung in den jeweiligen Raum rein. Das machen wir insgesamt dreimal, wie gesagt, jeweils eine halbe Stunde und dann gibt es nach dieser halben Stunde von uns zwei Minuten vorher so ein Signal, ist es gleich vorbei. Dann beenden wir das, wir landen alle wieder im Hauptraum und ihr lost euch wieder selbstständig den dann folgenden Sessions zu. Jetzt steht hier in meiner Regieanweisung, gegen 19.50 Uhr treffen wir uns nach den drei Sessions dann wieder. Ich werde gleich mal ad hoc ausrechnen müssen, das schreiben wir dann in den Chat, wann das denn wirklich sein wird, nach diesen drei Sessions durchläufen. Da würden wir euch gerne wieder hier im Hauptraum begrüßen, damit wir dann nochmal so eine Abschlussrunde machen. Dann gibt es nochmal drei Slido-Fragen, um euer Feedback einzuholen, damit wir eine Ahnung haben, wie sollte das beim nächsten Mal, das hoffentlich wieder eher analog sein wird, noch einiges ein bisschen optimieren. Ja, ob es die Folien, die in den Sessions zu sehen sein wird, ob die bereitgestellt werden, das noch vorab, das klären wir in den Sessions, das werden wir also auch noch mitgeben. Das war jetzt der Orga-Teil. So, jetzt soll es eigentlich losgehen. Ich sage mal kurz zu der Kollegin, Corinna, komm ruhig näher mit dem Zettel, die Kameras werden dich nicht sehen. Genau, das hätte ich jetzt fast in der zeitlichen Verzögerung vergessen. Ein Barcamp lebt davon, dass man sich in der Cafeteria trifft, sich austauscht und sagt, komm, wir schwänzen mal eine Session. Ich fand dich gerade sehr interessant, lass uns mal ins Gespräch kommen. Das machen wir hier bei Wondermi. Die Plattform kennt ihr wahrscheinlich. Da kann man wunderbar sich auch vernetzen und in Ad-Hoc-Videokonferenzen geben. Wir haben zwei Kolleginnen, die erst betreuen. Die werden sich also um Wondermi kümmern und euch da aufnehmen. Wir möchten die Empfehlung aussprechen, ein bisschen das Hauptaugenmerk auf die Sessions zu richten. Da geht es inhaltlich los und sich nicht nur in der Cafeteria zu treffen. Wir werden das gleich sehen. Ja, ich glaube, das war es eigentlich. Dann würde ich jetzt sagen, ich bin sehr mutig, Wolfgang, gucke aus der Kamera kurz raus, weil der Kollege da hinten in der Achse sitzt, starte die Breakout-Sessions und wir sehen uns dann gleich in ein paar Minuten wahrscheinlich alle drüben in den Sessions, wenn wir uns hier auch im Raum verteilen. Und bis später, wenn wir uns wiedersehen. Danke für eure Zeit. Bis gleich. So und jetzt willkommen zurück zur Abschluss- und Feedback-Runde des heutigen Barcamps, heutigen Veranstaltung. Wir hatten so ein paar Sachen zu regeln bei der Zuweisung der Breakout-Sessions, aber wir haben eben reingeguckt. Es war am ersten Ferientag in diesem Sommer noch gut gefüllt am Montagabend. Und das ist für uns ein klares Zeichen, dass ihr die Möglichkeit zum Austauschen und zum Netzwerken gerne genutzt habt. Und wir haben auch überall in den Sessions mal reingehört, da war ein lebendiges Gespräch eigentlich die Regel. Ja, ich hatte gesagt, wir wollen euch ganz gerne nochmal zum Schluss mitnehmen und nochmal ganz gerne ein Feedback einfangen. Das tue ich jetzt hier mittlerweile verweist alleine in der großen Runde. Aber es sind ja noch Menschen hier zugegen, die mich einfangen. Und zu diesen Menschen gehört auch die Corinna, die ich jetzt bitten würde, damit wir diese Feedback-Runde auch wirklich starten. Slido zu starten. Wie schon gewohnt und gelernt, slido.com und dann Gründercamp.nrw oder den QR-Code abscannen und dann kommt ihr auf die Startseite der drei Fragen, die wir jetzt starten. Und hier kann man jetzt noch eine Antwort geben, was denn am besten gefallen hat. Das möchten wir ganz gerne im Nachgang nochmal auswerten. Natürlich ist es ein bisschen unscharf, welche einzelnen Sessions das waren, aber wir kriegen jetzt hier so ein erstes Meinungsbild. Vielleicht gebt ihr uns da eine Antwort, was euch gefallen hat. Ob es auch Wondermi vielleicht war oder vielleicht auch die Talkrunde. Da gebe ich euch jetzt noch ein bisschen Zeit, damit ihr bei Slido nochmal entsprechend eure Antwort tippen oder klicken könnt. und jetzt kommen die schon angesprochenen ewig langen Schweigesekunden. So, ein bisschen Dynamik ist in den Balken und so eine Tendenz, dass die letzten beiden Session-Blöcke wohl am besten gefallen haben. Danach kommt die Keynote. Gut, ja. Wir werten das im Nachgang ja nochmal aus. Ich will den Zähler noch auf 30 voll bekommen. Dann habe ich so ein Gefühl von Repräsentativität. Es gibt ja richtig Gas. Jetzt kommen wir noch gleich Richtung 40 Antworten. Komm, ich würde auch ganz gerne fünf Antworten bekommen, dann bin ich hier richtig glücklich und kann den Tag auch gut beenden. Ich brauche noch vier. Ich brauche noch drei. Gibt alles. Ich kann das leider nicht parallel gucken, wie viele noch dabei sind. Vielleicht geht er gar nicht mehr. Okay. Wir sind in Richtung 40 gekommen und haben dann ein belastbares Ergebnis und das ist jetzt Session C 38. Da war noch jemand, der sich 39. Komm, einer geht noch. Okay. Müssen wir auch nicht in die Länge treiben. Klare Tendenz. Danke. Das wäre die erste Frage für die Feedback-Runde. Die zweite Frage starten wir jetzt. Da wollen wir von euch wissen, wie viele Sterne würdet ihr diesem digitalen Gründerkamp geben von eins bis fünf und da baut sich jetzt ein Meinungsbild auf. Jetzt gucke ich mal auf die Anzahl der gegebenen Antworten, orientiere mich an der ersten Frage. Da habe ich eine Ahnung, wie viele noch jetzt hier antwortmählich sind. Der Sozialwissenschaftler in mir sieht mit einigen einiger Erkenntnis, dass der mittlere Balken gewachsen ist. Das heißt, wir haben noch Optimierungspotenzial. Wir würden wahrscheinlich im Nachgang noch mal fragen, was wir denn machen müssen, damit wir von der drei Richtung vier rutschen. Aber so wenig Viere und Fünfen sind es ja auch nicht. Zumindest sind wir auf einem ganz guten Weg, glaube ich, gewesen. Danke. Da war dir auch ein bisschen antwortfreudiger. Die dritte Frage, die jetzt gestartet wird, was wünschst du dir für das nächste Mal? Und jetzt seid ihr hier wieder aufgefordert, Freitext, ganz konkrete Angaben reinzuschreiben, aus denen dann wieder eine Wortwolke entsteht. Ich glaube, da lasse ich ein bisschen mehr Zeit und Luft, beziehungsweise es kommen jetzt hier einfach die Sprechblasen rein. Die sammeln wir dann und gruppieren die dann im Nachgang. Ja, ich sehe, dass da so ein paar Technikhinweise kommen. Genau. Das kann ich jetzt so schnell nicht auswerten, das werdet ihr mir nachsehen. Ich nehme so ein paar Schlaglichter mit. Genau. Da ist sowohl als auch dabei mehr Zeit zum Netzwerken. Ich als Barcamp-Verfechter würde das zum Beispiel unterstützen. Aber wir hatten diesmal ein gewisses Zeitkorsett. Vielleicht hat das ja gezeigt, dass da einfach der Bedarf größer ist, sich auszutauschen, so wie wir das 2019 gemacht haben mit dem realen Barcamp. Und das wollen wir auch gerne wieder machen, weil dann einfach im Wort sind ein anderer Raum gegeben ist. Oder tun wir noch ein bisschen was rein. Das will ich jetzt auch gar nicht abwürgen. Wir könnten das ja auch so machen, dass ihr noch weiter da reinschreibt und Manuel dann vielleicht das Bild so verändert, dass im Hintergrund Danke Manuel oder Jan, dass im Hintergrund Slido weiterläuft und wir jetzt hier zum Ende kommen. Das war das Gründercamp NRW Digital hier am 5. Juli 2021 aus den, jetzt wäre der Moment, schon mal zwischenzeitlich, glaube ich, nochmal die super Totale zu zeigen, die wir hatten, eingerichtet haben, hier in diesem wunderbaren Location. und jetzt mache ich etwas, was nicht abgesprochen ist. Jetzt challenge ich, glaube ich, die beiden Kameraleute. Freddy, mein Hauptkameramann mit der Moderationsführungskamera, schwitzt gleich schon. Ich stehe jetzt mal auf und mache mal einen Walking Act. Ich bin noch in der Totalen. Mal gucken, ob ihr jetzt so schnell reagieren könnt. Jetzt challenge ich euch. Das ist die kleine Rache für die Probenläufe. Da haben die Jungs mich nämlich gefoppt und ich habe glashart einfach weiter moderiert. und jetzt zahle ich euch das live hier auf dem Sender zurück. Das macht mir jetzt richtig Spaß. Das interessiert da draußen überhaupt keinen, aber vielleicht ist das ja einfach ein schöner Abschluss. Also, ihr seht bei mich noch mal ganz und Freddy zieht noch mal die Kamera zu. Dank der wunderbaren Arbeit der Maske ist das auch kein Problem bei einem 52-Jährigen. Ich bedanke mich mal für eure Aufmerksamkeit, euer Interesse und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder mindestens in einer stärker analogisierten Form eines hybriden Events. Ein bisschen digital wird wahrscheinlich auch 2022 dabei sein. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen, vor allem Christina und Corinna vom Projektträger, die in der Orga hier so toll unterstützt haben, bei allen, die Raumpartinnen gewesen sind, bei unserem Podium, unserer Kino-Speakerin sowieso und vor allem bei dem Technik-Team und das kommt ganz oft zu kurz. Das ist Freddy auf der Kamera, das ist Janik an der Kamera, das sind die beiden Tobis. Ich weiß nicht, welcher wer ist, aber das sind zwei Tobis für Ton und Licht. Das ist der Tim als Bestboy, der hier heute in der Probe meine Dr. Martin war. Das ist Wolfgang an der Zoom-Regie und das sind Jan und Manuel an der Bild-Regie, unterstützt von David. Vielen Dank nochmal an euch. Ihr wart ein super Team. Ihr habt es mir echt einfach hier gestaltet, heute einigermaßen mit dem Tag zu kommen. Das war's. Ich sage, bleibt gesund, bleibt optimistisch und gründet fleißig. Vielen Dank, euer Kai Hedergott. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020